Nummer 5 Die Eurosystem-Pflugfräse verfügt über einen integrierten Elektromotor mit einer Gesamtleistung von 900 Watt und einem einzigen Getriebe sowie über robuste, langlebige Stahlmesser mit 15 Schneidmessern, die über ein spezielles Transferrad und einen Knopf am Griff zum Herausnehmen und Reinigen verfügen. Sie eignet sich perfekt für alle, die bei der Vorbereitung ihres Gemüsegartens das Beste wollen, ohne dabei Anwendigkeit einzubüßen. Sie ist ein italienisches Qualitätsprodukt. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4 Dank eines leistungsstarken und ausgewogenen Motors, der 1500 Watt Leistung und Absorption erreicht, hat diese elektrische Bodenfräse einen ausgezeichneten Preis, ausgewogene Bewertungen und ausgezeichnete Materialien und Garantie, sodass sie ein guter Kauf für diejenigen ist, die mit einem Werkzeug pflügen wollen, das sicherlich funktional und langlebig ist. Der Motor wird direkt durch Einstecken in die Steckdose mit Strom versorgt und die Arbeitsbreite zwischen den Messern kann je nach den auszuführenden Schnitten in drei verschiedenen Positionen eingestellt werden. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3 Diese Motorhacke verfügt über einen handlichen Griff aus rutschfestem Material, der einen festen Halt während der Benutzung ermöglicht und jede Bewegung präzise macht, was eine sehr effektive Ausführung der Arbeit ermöglicht. Sie verfügt über ein System von scharfen und robusten Messern und Fräsern, die den Boden mit großer Leichtigkeit bearbeiten und die gewünschten Furchen in nur einem Durchgang ziehen. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Darüber hinaus ermöglicht das Drahtvorschubsystem eine hohe Effizienz und Kontinuität bei der Ausführung der Arbeiten, ohne die Umwelt und den Boden in unmittelbarer Nähe der Schneidwerke zu verschmutzen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 2 Mit dieser Elektrohacke können Sie den Boden bearbeiten, um ihn für die Aussaat vorzubereiten, indem Sie sich einfach auf den 1500 Watt Elektromotor verlassen, der eine konstante Arbeitsleistung und eine für vergleichbare Produkte unerreichte Geräuschlosigkeit garantiert. Sie ermöglicht es, lockere, mit Torf oder anderen Düngemitteln bearbeitete Böden zu behandeln und ihre Qualität und Weichheit zu verbessern. Die Mähwerke, die das Schneiden übernehmen, sind mit 24 Messern und 6 Hacken ausgestattet, die zum Reinigen oder Auswechseln abgenommen werden können. Dieses Gerät ermöglicht drei verschiedene Arbeitsbreiten, die bei einem Minimum von 17 cm beginnen und bis zu 45 cm gehen können. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1 Ausgestattet mit einer internen Batterie von 40 Volt und 4 Abwehr insgesamt, ist es sehr einfach, den Boden durch die starken und scharfen Klingen zu brechen. Sie hat ein sehr komfortables Design und eignet sich perfekt zum gründlichen Umhacken des Bodens. Besonderes Augenmerk wird auch auf die Sicherheit gelegt, da der Griff mit zahlreichen Antiblockiervorrichtungen ausgestattet ist, die die Rotation der Klingen bei unvorhergesehenen Ereignissen wie einem Sturz oder anderen gefährlichen Situationen stoppen. Sie hat einen ziemlich hohen Preis und ist daher für diejenigen zu empfehlen, die bei ihrer Arbeit keine halben Sachen machen wollen und ein hochwertiges Produkt auf fast professionellem Niveau wünschen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung.